und herzlich willkommen zu sims 4 partnummer 3 wir sehen immer noch einen actionfilm im hintergrund aber wir müssen auch mal was anderes erledigen mit so die blauen kann man denn telefonieren die haben doch alle ihre tag verschönern kann ich nicht den tag denn verschönern warum hat er sich jetzt hingesetzt angeht nämlich das gespräch hochgefühl hat die krassmöglichkeit erhalten ich höre die karmastik- äh charismafähigkeit verbessert und macht nun häufiger fahrfreiche witze außerdem erfährt sich schnell etwas über andere zenten in höheren level werden weitere interaktionen freigestellt aber wir haben erst mittag kommt uns denn keiner wer da ist einer hallo kommst du uns besuchen nachbarin bist du die nachbarin was bekommen ja hier geht es doch nicht so schnell runter wir haben sie zurück wir haben sie wieder nicht so sehr wir haben sie wieder wir haben sie dass wir sie die und wir man mehr die wir wir das geht das wenn ja geht das so schnell geht das oder was machen die jetzt direkt in der dritten folge machen Hallo, Papa. Schlafen? Der ist fertig, der geht direkt weg. Wie hab dir denn noch nicht umgezogen so schnell? Das noch werden die gucken. Die sind nicht schlafen. Die sind und ihr seid. Das ist ein Schlafen. Ja, diese sind. Die sind die Schlafen. Die sind die Schlafen. Die sind die Schlafen. Die ist die Schlafen. Die sind die Schlafen. Die Schlafen! Die Schlafen! Wie sieht das aus wie die Kine? Ups, Haushaltsammlung. Ich wollte eigentlich was. Wundfixhaima. Snibara Watanini. Lomaina Exin. Pubara's... Zirkuni. Yordrinka. K. Wes. Chavez Turka. Klebe Tafors. Wixinia. Zirkuni Swarza. Wir kommen uns auch ohne Musik und ich geh... Was? Du gehst einfach weg? Ach, die Fähigkeit... äh, Fitnessfähigkeit. Oh, das klappt ja. Und du gehst jetzt... Wir müssen irgendwie einen PC kaufen. Oh, da ist ein Scheißdingig. Was? Ihr redet jetzt? Kann ich eigentlich was einstellen? Tuba. Rugi Pei-Yoon. Bomsoidimpish. Ich weiß nicht, wie ich dich anrufen soll. Tebow. Kanier. Pruba. Avenue Smishy. Du musst dir was für Essen nehmen. Das ist noch gut. Pofolein Nardu. Zirkuni Lazar. Dolyam Galaib. Mirvalas. Du hast Tattoos? Davon wusste ich ja gar nicht. Hab ich das ge... äh, ich hab das noch... irgendwie ignoriert. Wo? Ey, du hast es nicht aufgegessen? Hä? Was macht der denn jetzt? Wo sind denn hier ganze Leute rum? Woher kommen die? Woher kommen die? Komm, ich... kann ich jetzt einfach hier rumscrollen. Tata. Tschüss. Hey, Eddy. Lass mal die hier besuchen. Was? Will dir das mit? Joey. Ups. Ich wollte immer die neue Nacht... äh, die... Nachbarn so begrüßen und sagen, Hallo, ich bin der Neue so. Und ja. Nicht der Neue, sondern der Neue. Wir sind die Neue Nachbarn. Und ja. Wir sind die neue Nachbarn. So, warum bist du nicht hier? Komm an, Dani ist rein. Ich möchte an die Tür klopfen. Klopf, klopf. Hallo. Kannst du dich vorstellen? Und die guckt Fußball. Hey, wo bist du denn? Mein Gott, die Ladies nehmen ihn ein. Ja, wo? Ja, wo? Hahaha. Hahaha. Benuko. Ich weiß. Ich weiß. Hütt. Ich weiß. Hütt. Was hat er denn gemacht? Da muss er gar nicht Montag arbeiten. Wie sieht er mit Soja aus? Braucht er eigentlich Computer dafür? Da ist ein Computer. Was macht er denn? Wie ein Forum provozieren. Hat die Fähigkeit Schlemmfähigkeit erworben. Aufgrund seiner neuen Schlemmfähigkeit kann Eddie jetzt andere Zentren mit den Handschocker reinlegen. Wie viele andere, wenn ich die Zunge ausfülle, den höhere ich vermogen. Hat die Fähigkeit Promierfähigkeit. Dank seiner neuen Programmierfähigkeiten kann Eddie jetzt hacken und das Programmieren üben. Je höher er das Fähigkeit sind, desto mehr Milchscher zum Hacken werden freigeschaltet. Ich hoffe das ist nicht GEMA geschützt. Ich glaube auch nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wenn ich nicht mal in der Mission mehr losniste, dann kann ich noch da bleiben. Bis 22 Uhr in der Mission wieder los die. Was steht denn da eigentlich? Mein Gott Windows 98 Ist doch ein großes Haus eigentlich. Oh nein. Da ist der Vater der wird uns töten. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall einen Computer, kannst du das klauen? Oh, wichtig! Was hast du noch? Ja, muss ich mal ausnutzen, wenn dein Computer ist. Dreck zack ist der dran gegangen. Er hat durch die Wand gerochen, wobei ist hier eine Wand? Doch, hier ist eine Wand. Er hat durch die Wand gerochen. Ich weiß, dass du noch nicht richtig müde bist. Ich hoffe, die Zoe trainiert mich noch. Achso, ich kann umschalten, okay. Läuft das Spiel dann weiter? Oder? Jense, wird geschliffen. Nein, du bringst meine Zimpf noch nicht um. Negative Gefühle. Die Gefühle deiner Zimpf beeinflussen ihr Leben auf ungeachtete Weise. Wir zeigen dir, wie das so funktioniert. Äh, warum denn Zoe? Okay. Du gehst duschen? Dampf eine Dusche nehmen. Erfrüchte eine Dusche. Du stinkig du. Nimm mal die Voraun, die nur am stinken. Ich hätte hier, glaube ich, längere Haare machen sollen. Überreicht euch gerade. Erfrüchte. 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 Oh. So. Ist aber noch nicht sauber. Äh, Dampf mit durchschnitten. ja wenn man nicht weiß was man hat man kann sie drin ist weil ihr seid ja eigentlich zusammen? Oh, heil! Da müssen wir das Buch mit So, da steh ich mir noch weg Jobben gehen So, da steh ich mir noch weg Ach nee, das ist verkammelt Leidenschaftliche Düsse Gora Uchme, Benorv Gorg Snorfs Brescham Oh, oh, floggy Oh, da Papa Uchde Polina Orbeez The dame Weasel de Bede De Belanoid What's up, boo? Frispe Yef Lume Bebdo Oh, shimukwarb Du hast noch Tala weggeräumt und dann Slaven gehen Geht das überhaupt? Geht das überhaupt echt in Mächte? Wenn der pennt Endlich leer werd du auch Okay, die Gefühle sind cool gemacht, die Emotionen Ich ehrlich sagen Eingeschlafen Okay, das Spiel spielt vor Ich würde auch mal sagen, das war Part Nr. 3 von The Sims 4 Bis zum nächsten Mal Ciao, ciao